Alle Social Media-Heinis wissen, 2024 muss man einfach TikTok machen, denn Reichweite war nie einfacher. Doch was zeigt die Realität? Äh, kein Plan, was ich posten soll, äh, ich will mich nicht zum Hampelmann machen, äh, ich hab keine Ahnung von Kamera, Licht und Ton und äh. Irgendwie brauche ich ewig, um den ganzen Scheiß zu schneiden. Hey, ich bin Franz und mit meiner Agentur produzieren wir Talking Head TikToks für vielbeschäftigte CEOs. Das heißt, unsere Abläufe sind auf Zeiteffizienz getrimmt, aber trotzdem so, dass sie Millionen an Views an Reichweite generieren. Und ich freue mich, euch bei der All Social Marketing Conference meine sieben besten Hacks zu verraten, wie es jeder vielbeschäftigte schafft, ganz easy, neben dem eigentlichen Job, 30 TikToks pro Monat zu produzieren. Bist du dabei?